Felix ist Mensch, du meinst auch? Ja, das ist ja. Ich bin nicht belehrtet für ihn. Posttraumatisch und Belastungsstörungen. Ich habe die Suche gemacht, klar. Es ist mein Gott das Wille, dass jemand leidet oder krank ist. Weil der Lehrer hat gesagt, seine Wunden, Jesus, seine Wunden sind mir geheilt. Durch hier durch muss ein Mensch halt einfach. Also ich meine, es ist immer gesagt, dass alle geheilt. Und wenn der Schweizer zuversichtiger ist, und jetzt kannst du ein Zeugnis sehen, und viel mehr kannst du ein Zeugnis sein, wenn du vollkommen heilig frei bist. Und kannst, ich bleibe zu, mit deiner Geschichte, wie Messie und anderen Menschen segnen, und sie heilen, sie freisetzen und sagen, hey, schau mir mein vergangenes Leben an, und jetzt und immer sind wir damit. Und wir frei, das ist Macht, und du kannst auch frei sein. Du willst wie immer Lavin passen. Ich bin ein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis. Ist das, wo du siehst? Ja, das ist ein Zeugnis. Ja, er hat das Plan. Ja, wie sag ich dir? Ich bin ein Zeugnis. Ja, ist das, was du siehst? Ja, ich bin ein Zeugnis. Und wir sind dann halt so, dass wir aber auch ein Zeugnis zu tun. Das ist ein perfektes Moment. Das ist ein perfektes Moment. Das ist ein ganzes Zeitpunkt. Ich bin der Freude, ich bin der Liebesgänger, ich bin der Heilkampf-Fetter in Herstellung, die ganzen Fetter von dir. Ich danke, dass du dir das Brockenherzen liebst und dass du es so gewaltigst hast, dass du dir das Brockenherz parat sind, Es ist ein sehr schönes, ne? Es ist ein sehr schönes, ne? Bis zum nächsten Mal.